Die Reichsstadt Augsburg entfaldete im Lauf des 16. Jahrhunderts ihre Blüte als pulsierende Metropole europäischen Handels. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mein Lieber, in dieser Stube wird nicht nur mit Pfeffer, Silber und Kupfer gehandelt. Hier werden auch Schlachten entschieden. Mit euch Wesern wird das nochmal ein schlimmes Ende nehmen. Irgendwann seid ihr mal so weit voraus, dass euch ein sehr ungeheuer fressen wird. Gegenüber ihren strahlenden Augen wird auch das feinste Tuch aus India blass und fadenscheinig wirken. Wie sähe das denn heute hier aus, wenn wir uns einfach alle in Wolle und Flax gehüllt hätten? Eigentlich fand ich seine Ansichten bislang ja gar nicht so schlecht. EINWON 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 Untertitelung des ZDF, 2020